Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben sehr gut als Team gespielt, so wie wir es wollten. Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, dass wir uns auf uns fokussieren wollen. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen an unserer Defense arbeiten, ein bisschen besser kommunizieren, aber sonst zufrieden auf jeden Fall mit dem ersten Spiel. Aber ich glaube, es gibt noch viel zu verbessern. Ist auch gut. Es war jetzt dein zweites Spiel bei den Baskets, wo Fans in der Halle waren. Erzähl mal das Gefühl. Ganz anders, vor allem als wir letzte Saison ohne Fans gespielt haben, war natürlich ein bisschen traurig. Und heute mal wieder die Maspernhalle erleben als Spieler, weil ich ja früher selbst hier mal zuguckt habe, war total krass. Halt vor allem, es waren glaube ich viele Leute da, 800. Hat sich auf jeden Fall total anders gefühlt, anders angefühlt, aber war sehr gut. Was hast du dir persönlich vorgenommen für nächste Spiel? Ja, weiter so zu spielen. Auch gut als Team zu spielen, natürlich zu gewinnen. Ja, so wie dieses Spiel gute Defense zu spielen. Dieses Jahr kann ich ein bisschen mehr kreieren fürs Team. Das ist auch gut. Und so halt immer fürs Spiel, fürs Spiel mich verbessern. Und dann auf jeden Fall hoffentlich die meisten Spiele gewinnen.